Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic Marauder Story. Wir sind hier in diesem Lagerkomplex setzt für die Hauptquests und ein, zwei Planetenquests. Wir haben also einiges vor uns, was wir hier tun. Und ja, das erste, was wir hier tun, ist die Quest-Belagerung von Balmora-Waffen und das Ende des Widerstands. Das liegt ja auf dem Weg. Jetzt hat hier bei uns anscheinend jemand den Druiden schon gekillt. Ich muss mich selbst übertroffen haben. Ich denke, dass sie sehr zufrieden sein werden. Finde ich sehr nett. Bekommt sie direkt. Wow, das ist ja genial. Dann schicke ich ihn auch gleich wieder los. Eine Aufgabe nur für Sie. Oh, danke. Das hier scheint nicht zu respawnen, leider. Im Moment zumindest mal nicht. Das ist ja riesig hier. Irgendwas sagt mir, dass wir hier so schnell nicht hinaus sind. Irgendein Wissensobjekt, okay. Holen wir mal mit. Wo muss ich? Ah, ich muss da lang. Das gibt's doch nicht. Das sind welche Formen hier da? Leute, ich kann das mal respawnen. Okay. Und die internen Sensoren. Sehr schön. Das respawnt nicht. Das find ich blöd. Okay. Und hier ist der Generator. Ja, aber ich muss hier... ...dennoch ein bisschen was machen. Ja, das ist halt das Blöde hier. Dass das Zeug einfach nicht respawnen möchte. Das dauert einfach noch. Verdammt. Naja. Oh, da ist noch etwas. Das können wir noch holen. Okay. Ja, die Gegner respawnen relativ schnell, aber... ...die Troiden, die wir zerstören müssen, leider nicht. Sehr schade. Na ja, machen wir einfach mal mit der nächsten Quest weiter. Müssen wir halt ein paar Mal vielleicht hin und her rennen, aber... ...was soll's. Okidok. Wir müssen da hinten noch die Zuggänge zerstören, aber erst da hinten. Okay. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich leider nix perfekt ja war klar war ja klar direkt an armen auslösen zahlen wo ich bin ja es ist jetzt nur die frage es gab komplikationen bitte deaktivieren sie mich nicht ja es gibt auch immer komplikationen ich gehe noch einmal mal zurückschauen ob ich nicht doch irgendwie jetzt mittlerweile den druiden bekommen kann denn ich nein da hinten qualms auch noch wunderbar da ist einer da ist noch einer wunderbar dann haben wir hier noch den vierten sensor den wir ausschalten können die leute sagen dass die republik verlassen hat nun ich bin zwar nicht mehr in der republikanischen armee aber ich bin trotzdem patrieologen also sagt das ja nicht in meiner anwesenheit der vertrag hat uns vielleicht keine große wahl gelassen aber das volk der republik steht noch immer hinter euch ja das ist eine hübsche illusion ok damit haben wir auf jeden fall nur noch einen druiden den wir holen müssen dann ist die quest ende des widerstands zumindest mal dieser teil beendet ja die habe ich frisch gekillt da hinten der ist frisch zerstört kommt er wirklich so vorbei ich hätte gedacht er zieht aggro und holt sie auf sich naja mal schauen ob ich hier noch einen finde vielleicht der brennt auch leicht dahinten oder kann sein wir müssen eh da hinten hin die konsole müssen wir noch zerstören okay ich glaube wenn ich Wenn ich da runtergehe, bekomme ich Ende des Widerstands. Ja, ich glaube, das ist da unten. Oh, Violett. Ah, das ist wieder das Casino, dieses Casino-Teil. Oh, 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 oh. Was ist denn hier los? Oh, 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 oh. Was ist denn hier los? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ha. Hast du gedacht? Trinkt mir das irgendwas? Nein. Kann ich nur verkaufen. Gut, damit haben wir das Ende des Widerstands, diese Quest, erledigt. Sehr schön. Müssen wir nur noch abgeben. Und da haben wir auch wieder einen Druiden. Ja, so und nicht anders. Okay, und damit wären wir am Ende unseres heutigen Let's Blaze auch angelangt. Wir haben die Mission das Ende des Widerstands beendet, müssen halt nur noch die Quest abgeben. Und ja, müssen jetzt eigentlich nur noch unsere Hauptquest, der Tod einer Legende und die Belagerung von Balmoras Waffen, die beiden Quests, müssen wir noch erledigen. Dann wären wir eigentlich soweit ready. Für den nächsten Planeten. Das wäre dann Kontaktperson, also Nashada. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Kommentiert, teilt, abonniert, wenn ihr noch wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin Superslate, euer freundlicher Seilinger, Let's Player von Eman. Tüdelü.